Verspielte Weihnachten Der Konzertsaal war weihnachtlich geschmückt. Links auf der Bühne stand ein majestätischer Weihnachtsbaum. Von den Kerzenleuchtern an den Wänden hingen Mistelzweige und rote glänzende Weihnachtskugeln herab. Immergrüne Girlanden umwandten die Säulen an den Seiten. Meine Augen schweiften über die leeren Stuhlreihen. Morgen um die gleiche Zeit würden festlich gekleidete Menschen darauf sitzen, zu mir hinaufschauen und der feierlichen Musik lauschen. Bei diesem Gedanken erhöhte sich meine Aufregung noch ein Stück mehr, wenn dies überhaupt möglich war. Wie sehr hatte ich mir gewünscht, dass Philippe an diesem besonderen Abend in meiner Nähe wäre. Mit ihm wäre alles leichter gewesen. Doch Philippe hatte stattdessen ein eigenes Arrangement angenommen. Die Partitur raschelte, als meine schwitzenden Hände sie umklammerten. Ich bin undankbar, schimpfte ich mich selbst. Philippe hatte keine Wahl gehabt. Er verdiente das Geld für unser gemeinsames Leben. Ich dagegen konnte froh sein, dass er mir diesen Auftritt verschafft hatte. Normalerweise bekam ein Musikstudent keinen Solopart in so einer Aufführung und auch nicht, wenn er ein Studium oder eine Ausbildung in der Meisterklasse eines Stars vorweisen konnte. Das hatte ich einzig und allein Philippe zu verdanken. Dank ihm ging meine Karriere steil bergauf. Dennoch war ich verbittert. Ich hatte mir so gewünscht, dass wir unser erstes Weihnachten gemeinsam verbrachten. Doch Philippe war über die Feiertage in Mailand, während ich allein in dieser fremden Stadt war. Als ich das Gespräch auf Weihnachten brachte, reagierte Philippe verärgert. Rate mal, weshalb wir uns dieses luxuriöse Apartment leisten können. Hey, willst du, dass wir in den ärmlichen Opernhäusern der Provinzstädte auftreten? Ich will doch nur mit dir zusammen sein. Das sind wir doch, aber eben nicht an einem so wichtigen Tag wie Weihnachten. Philippe hatte mich zornig angesehen. Entscheide dich, was du willst. Karriere und mit mir zusammen sein oder ein stinknormales Leben. Dann kannst du das aber auch allein führen. Dann war er dank seines spanischen Temperaments aus dem Raum gestürmt. Bis zu Philippes Abreise am nächsten Morgen hatten wir kein Wort mehr miteinander gewechselt. Ich zuckte zusammen, als die Altistin neben mir meinen Arm berührte. Ich hatte fast meinen Einsatz verpasst. Schnell stand ich auf, sah zum Dirigenten, holte tief Luft und sang. Sobald ich das tat, verflogen all meine Probleme. Das war schon immer so gewesen. Die Musiker gehen nachher noch ein bisschen feiern. Hast du Lust, mitzukommen? Der dunkelblonde Mann, der mich ansprach, hielt eine Querflöte in der Hand. Wenn du natürlich etwas anderes vorhast. Er schien mein überraschtes Schweigen Mist zu verstehen. Nein, nein, ich würde gern mitkommen, antwortete ich schnell. Sehr schön. Er packte sein Instrument in einen kleinen Koffer und wendete sich mir wieder zu. Ich heiße übrigens Ivan. Und du bist Angel? Ja, woher weißt du? Das steht auf den Plakaten. Er grinste mich an und mir kroch augenblicklich die Röte ins Gesicht. Ivan lächelte. Ich denke, du wirst dich daran gewöhnen. Wir Musiker sind im Orchester wie eine anonyme Masse. Aber du als Solosänger bist der Blickfang. Ich habe noch nicht so oft, kann ich mir in deinem Alter schon denken. Aber man beginnt immer irgendwann zum ersten Mal. Und dann, ehe man es sich versieht, ist es Gewohnheit und man kann nicht mehr ohne. Wieder lächelte er. Seine makellosen Zähne blitzten im Scheinwerferlicht, das noch immer das Podium beleuchtete. Ivan wusste nicht, wie recht er damit hatte. Für Philippe schien das alles schon Gewohnheit zu sein. Bei ihm war es selbstverständlich, dass der Beruf dem Privatleben gegenüber Vorrang hatte. Verärgert schüttelte ich diesen Gedanken ab. Ich wollte nicht über Philippe nachdenken. Viel lieber wollte ich heute Abend feiern. Und das taten wir auch. Die Musiker waren eine ausgelassene Gesellschaft. Es wurde viel gescherzt und gelacht. Ivan war die ganze Zeit sehr aufmerksam. Er schenkte mir neuen Wein ein und erzählte von seinen anderen Arrangements. Das war für mich ungewohnt. Normalerweise führte ich neben Philippe ein Schattendasein. Es machte mir eigentlich auch nichts aus. Doch diese ungewohnte Freundlichkeit schmeichelte mir doch sehr. Immer wieder richtete Ivan das Wort an mich, fragte mich nach meiner Meinung, machte Witze und schien jede Gelegenheit zu nutzen, mir in die Augen zu blicken. Es war mir fast unangenehm. Aber nur fast. Ich kam einfach nicht umhin, sein offenkundiges Interesse zu genießen. Wenn Philippe mich nur sehen könnte, er würde sich bestimmt noch einmal überlegen, ob er einfach so für mehrere Tage verschwand. Es war echt schön, dich kennenzulernen. Wir standen am Taxistand und Ivan hielt mir die Autotür auf. Hast du morgen nach dem Konzert schon was vor? Ach, entschuldige, erschlug sich gespielt an die Stirn. Morgen ist doch Heiligabend. Wie blöd von mir. Da hat doch jeder normale Mensch was vor. Ich bin nicht normal, flüsterte ich und Traurigkeit schwappte über mich hinweg, als ich an die leere Wohnung dachte, die mich erwartete. Ich habe nichts vor. Wie schön, ich auch nicht. Vielleicht lassen wir den morgigen Abend gemeinsam ausklingen. Dabei sah er mich wieder an. Sein Blick bohrte sich in meinen und hielt mich fest. Als sein Gesicht sich meinem näherte, drehte ich rasch den Kopf weg, sodass seine Lippen nur meine Wange streiften. Bis morgen, Angel, ich freue mich. Ich bin mir sicher, dass du heute Nacht in meinen Träumen singen wirst. Ich verbrachte eine unruhige Nacht. Nicht nur die Aufregung vor meinem morgigen Auftritt hielt mich wach, ebenfalls Ivans eindeutige Avancen machten mir zu schaffen. Auch wenn ich vielleicht so aussah, ich war kein unerfahrener Junge mehr. Ich wusste genau, was Ivan im Sinn hatte. Und das Schlimme war, ich stand dem nicht wirklich ablehnend gegenüber. Der bloße Gedanke daran, wie Ivans Lippen meine Haut gestreift hatten, schickte mir eine Gänsehaut über den Rücken. Erst in den frühen Morgenstunden fiel ich in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Gegen Mittag stand ich auf, trank einen starken Kaffee und machte mich langsam fertig. Meine widerspenstigen, blonden Locken bändigte ich mit Haargel, dann zog ich meinen Frack an. Ich entschied mich für eine grüne, schillernde Weste, die gut zu meiner Augenfarbe passte, ließ aber das Hemd am Hals offen und verzichtete auf die obligatorische Fliege. Ich hielt mich zwar an die normalen Kleiderregeln, versuchte sie jedoch in einem eng gefassten Rahmen zu brechen. Ich mochte dieses steife Gehabe nicht. Gegen 18 Uhr traf ich im weihnachtlich geschmückten Konzertsaal ein, zog mich jedoch sofort in die hinteren Räumlichkeiten zurück, um mich einzusingen. Ich vermied jegliches Zusammentreffen mit den Musikern oder Chormitgliedern. Stattdessen versuchte ich, mich zu konzentrieren und vorzubereiten. Etwa 60 Minuten später wurde es ernst. Wird schon alles schief gehen, versuchte mich der Dirigent aufzumuntern, der meine Nervosität spürte. Mach alles so wie bei der Generalprobe, dann kann gar nichts passieren. Im ersten Moment, als ich die Bühne betrat, blendete mich das Scheinwerferlicht, sodass ich fast blind war. Applaus brandete auf, als wir Solosänger zu unseren Stühlen gingen. Ich setzte mich mit zitternden Knien. Die heißen Blicke, die mir Ivan die ganze Zeit zuwarf, machten es nicht besser. Ich beruhigte mich erst, als der Chor zu singen begann. Ich liebte das Weihnachtsoratorium von Bach. Das jauchzet, frohlocket, aus den vielen Kehlen hinter mir schoss wie ein Stromschlag durch meinen Körper und entzündete jede Zelle. Jetzt konnte ich meinen Einsatz fast nicht mehr erwarten. Als es endlich soweit war, stand ich auf und schmetterte mit Inbrunst meine Stimme in den weitläufigen Saal. Die Zeit verflog unendlich schnell, so wie es nur geschah, wenn ich sang. Benommen hörte ich den Abschlussapplaus, verbeugte mich mehrfach und verließ mit gummiartigen Beinen die Bühne. Leute klopften meine Schulter, meine Hände wurden geschüttelt, ich wurde zu meinem Erfolg beglückwünscht. Doch erst als Ivan mir seine Hand auf den Unterarm legte, erwachte ich aus meiner tranceartigen Euphorie. War ich gut? fragte ich und suchte seinen Blick. Kopfschüttelnd sah er mich an. Rate mal, warum die Leute um dich herum so einen Rummel machen. Du warst großartig. Benommen hob ich die Schultern. Wirklich? Na sag mal, bist du überhaupt anwesend? Hallo, Erde an Angel, bitte melden. Verlegen lächelte ich. Ach, keine Ahnung, ich fühle mich irgendwie so schwebend. Adrenalin, entgegnete er. Komm, komm mit, du solltest erstmal hier raus. Er packte seinen Instrumentenkoffer und zog mich hinter sich her, Richtung Bühnenausgang, auf die Straße. Kälte und wirbelnde Schneeflocken schlugen mir ins Gesicht. Ich habe da ein Geschenk für dich, sagte er. Es ist in meinem Auto. Er lief auf eine dunkle Limousine zu. Hier hielt er mir ein goldenes Päckchen mit einer großen roten Schleife entgegen. Als ich zugriff, zog er es wieder weg. Du solltest es irgendwo öffnen, wo du Ruhe hast. Zu mir oder zu dir? Ernst, ohne eine Regung in seinem Gesicht, wartete er auf meine Antwort. Zu mir, antwortete ich rasch, ohne zu überlegen. Dann steig ein, hier draußen holen wir uns ja den Tod. Während der Fahrt herrschte zwischen uns Stille. Nur ab und zu bemerkte ich, wenn er abbiegen musste. Jetzt hing jeder seinen Gedanken nach. Hier ist es. Ich wies auf das alte, sanierte Stadthaus. Meine Wohnung ist ganz oben. Mit dem Fahrstuhl fuhren wir in das oberste Stockwerk. Meine Hand zitterte, als ich das Schlüsselloch suchte. Ivan nahm mir den Schlüssel kurzer Hand ab und öffnete schwungvoll die Tür. Mit einem kurzen Blick schaute er sich um. Gelassen nahm er die riesige Wohnung und den Blick aus der großen Fensterfront über die festlich erleuchtete Stadt war. Kurz entschlossen lief er zum Weihnachtsbaum und legte sein Geschenk darunter. Fröhliche Weihnachten, sagte er und zog sein Jackett aus. Du sagst gar nichts zu der Wohnung? Das bin ich gar nicht gewöhnt. Jeder staunt und hat mindestens eine Frage. Ich bin nicht wegen der Wohnung hier, sondern wegen dir. Ivan trat auf mich zu und legte mir seine Hände auf die Schultern. Warm berührten sie die Haut meines Halses. Mit einer fließenden Bewegung streifte er mir den Frack von den Schultern. Öffne dein Geschenk. Ich hole uns etwas zu trinken. Er ging in die Küche, suchte Sektgläser und entkorkte den Champagner. Ich nahm sein Geschenk und setzte mich auf das Sofa. Das Papier knisterte geheimnisvoll, als ich es auspackte. Stumm starrte ich auf den Inhalt. Bekommst du es jetzt mit der Angst? Ivan trat hinter mich und schaute mir über die Schulter. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Erinnerst du dich an unser gestriges Gespräch, als ich dir sagte, dass es immer ein erstes Mal gibt und dass man sich irgendwann daran gewöhnt und nicht mehr darauf verzichten möchte? So geht es mir. Ich nickte stumm. Ich möchte dich heute an etwas Neuem teilhaben lassen, aber nur, wenn du den Mut dazu hast. Glaub mir, es wird grandios. Wieder legte er mir seine warmen Hände auf die Schultern und begann mich zu massieren. Langsam glitten seine Hände über meine Brust, öffneten erst die Knöpfe der Weste und dann auch die des Hemdes. Du hast es dir verdient. Das hier ist deine Nacht. Lass dich verwöhnen. Überlass mir das Steuer. Raunte er mir ins Ohr. Dann legte er seine Lippen auf mein Schlüsselbein und begann, mich zu küssen. Seine Lippen wanderten zu meiner Brustwarze, wo sie verharrten und zu saugen begannen. Ich weiß nicht, flüsterte ich. Vertraust du mir etwa nicht? Darauf sagte ich nichts. Er hatte es erraten. Ich kannte ihn erst seit 24 Stunden und schon präsentierte er mir seine geheimsten sexuellen Fantasien. Komm schon, ist doch nur ein Spiel. Ich werde nichts tun, was du nicht willst. Er richtete sich auf, umrundete die Couch und ließ sein Hemd dabei zu Boden fallen. Er musste sich seiner Wirkung bewusst sein. Nicht anders konnte ich mir sonst sein Gehabe erklären. Provokativ langsam präsentierte er mir seinen Körper mit den sehnlich schlanken Muskeln. Und ich konnte einfach nicht wegsehen. Er lachte auf, als er dies bemerkte. Weißt du was? Ich werde dir beweisen, dass du mir vertrauen kannst. Geschmeidig ließ er sich vor mir nieder. Was tust du da? Ich konnte mir diese äußerst dumme Frage einfach nicht verkneifen. Er lächelte zu mir herauf. Ich bin Flötenspieler. Rate mal, was ein Flötenspieler am besten kann. Und dann zeigte er mir seine Kunst. Und ich muss sagen, er verstand sein Handwerk wirklich meisterlich. Nur wenige Minuten und er lachte beglückt auf. Na, wer sagt's denn? Das war doch ein sehr schöner Abgang, oder? Errötend nahm ich ihm das Champagnerglas ab, welches er mir entgegenhielt und stieß mit ihm an. Dann beugte er sich über mich. Seine Lippen trafen meine. Voller Erregung drängte er mir seine Zunge in den Mund. Komm schon! Du hast doch nicht etwa immer noch Bedenken. Probier mal etwas Neues aus. Die Jugend ist doch bekannt für ihre Abenteuerlust. Ich weiß nicht. Sein Gesicht nahm von einer Sekunde zur anderen einen arroganten Zug an. Wie du meinst? Dann sollte ich wohl jetzt gehen. Diese Wandlung erschreckte mich. Er wollte mich allein lassen? An so einem Abend? Warte! Geh nicht! Entfuhr es mir. Ivan stockte in der Bewegung und ließ sein Hemd wieder zu Boden fallen. Ein Lächeln erhellte sein Gesicht. Wir sollten ins Schlafzimmer gehen, sagte er. Und griff nach dem Päckchen. Sehr schön, sagte er knapp angesichts des ausladenden Himmelbettes, welches das Zimmer dominierte. Das ist ja wirklich perfekt. Er stand nackt vor mir. Majestätisch ragte sein mächtiges Glied vor mir auf. Mit einer Geste wies er aufs Bett. Leg dich auf den Bauch. Als ich seiner Aufforderung nicht gleich nachkam, drehte er sich um. So hat das keinen Sinn, Angel. Ich kann dich verstehen, aber deine Weigerung kommt mittlerweile einer Beleidigung gleich. Entschuldige, flüsterte ich und legte mich schnell hin. Ich hatte noch immer ein seltsames Gefühl. Doch sicher kam es nur daher, dass ich mich noch nie jemandem komplett ausgeliefert hatte. Ich sollte wirklich mal über meinen Schatten springen und etwas mehr Sinn für Abenteuer beweisen. Seine Finger wanderten über meine Waden, die Beine hinauf, verharrten kurz bei meinem Gesäß, glitten dann über meinen Rücken, die Arme entlang und zogen sie nach oben. Ivan legte mir die erste Fessel um das Handgelenk und band das Seil an dem Pfosten des Bettes fest. Dies wiederholte er mit meiner anderen Hand. Wieder glitten seine Finger über meinen Körper, nun jedoch von den Schultern hinunter. Seine Fingernägel kratzten begehrend über meine Haut. Nun legte er eine Schlinge um eines meiner Fußgelenke und zog sie zu dem unteren Bettpfosten. Ich keuchte auf, als er meinen zweiten Fuß mit ganzer Kraft nach außen zog und meine Beine dabei schmerzhaft spreizte. Ivan, nicht so stark, forderte ich. Er lachte auf. Warum denn nicht? Das gehört doch dazu. Du hast gesagt, du tust nur, was ich will. Noch hielt sich meine Angst zurück, aber ich spürte sie schon unter der Oberfläche kratzen. Das war eine Notlüge, wieder lachte Ivan auf. Glaubst du etwa, es macht mir noch Spaß, wenn du immer mit irgendwelchen Einwänden dazwischen wunkst? Ivan, nicht so tief. Ivan, lass das sein. Vergiss es. Jetzt läuft es so, wie ich will. Du hast dich bereit erklärt, mitzumachen. Aber nicht so. Oh, in meiner Stimme klang nun die Angst hörbar mit. Ich versuchte, sie zu vertreiben, indem ich lauter wurde. Ich werde schreien und mich wehren. Dich wehren? Ja, wie denn? Und das mit dem Schreien. Ivan holte einen schwarzen Knebel hervor. Du weißt doch, das Schreien deiner Singstimme schadet. Dafür möchte ich nicht verantwortlich sein. Er kniete sich neben mich und hielt mir den Knebel vors Gesicht. Rasch drehte ich meinen Kopf in die andere Richtung. Mit seinem kräftigen Arm fixierte er meinen Kopf. Mund auf, mein Schöner. Sonst muss ich nachhelfen. Ich presste die Lippen und biss die Zähne aufeinander. Kurzerhand hielt er mir die Nase zu. Als ich Atemnot bekam und keuchend Luft holte, presste er mir den Knebel zwischen die Zähne und band ihn an meinem Hinterkopf fest. Zorn und Wut stiegen in mir hoch. Ich begann, an meinen Fesseln zu zerren, mich aufzubäumen und zu winden. Doch vergeblich. Ivan sah mir dabei zu und lächelte kühl. Tränen stiegen in mir hoch. Ich versuchte, sie zu verdrängen. Er sollte meine Schwäche und Hilflosigkeit nicht sehen. Doch ich konnte sie nicht zurückhalten. Sie liefen mir übers Gesicht und versickerten im Kopfkissen. Warum heulst du? Ich habe doch noch gar nicht angefangen. Sorgfältig begann Ivan, verschiedene Dinge auf dem Nachttisch aufzureihen. Der Anblick ließ Übelkeit in mir aufsteigen. Schnell presste ich die Augen zusammen, riss sie aber sofort wieder auf, als ein kalter Gegenstand mein Gesäß berührte. Halt still, Junge. Du machst es mir nur unnötig schwer. Ivan keuchte, als er sich an mir zu schaffen machte. Was tun Sie hier? Eine Stimme ließ mich zusammenfahren. Ich glaubte vor Scham, aber auch vor Erleichterung, ohnmächtig zu werden. Philippe stand in der Tür und starrte ungläubig auf das sich ihm bietende Szenarium. Was tust du hier, entgegnete Ivan ärgerlich. Ich wohne hier und Sie? Vielleicht sollte ich die Polizei rufen? So kannte ich Philippe gar nicht. Er sprach förmlich und kühl, was in dieser Situation völlig grotesk wirkte. Polizei? Wir tun hier nichts Verbotenes. Ivan erholte sich scheinbar von dem Schrecken. Der Süße hier sucht ein kleines Abenteuer und ich verschaffe es ihm. Selbstbewusst richtete Ivan sich auf. Verschwinde und such dir für heute Nacht ein Hotel. Philippe explodierte völlig unerwartet. Noch bevor Ivan überhaupt reagieren konnte, stürzte er auf ihn zu, schlug ihm die Faust ins Gesicht, packte ihn im Nacken und beförderte ihn mit einem gewaltigen Schwung aus dem Zimmer. Ich hörte, wie nebenan etwas zu Bruch ging. Ivan fluchte, dann ertönte ein langgezogener Schrei voller Wut, dem ein ohrenbetäubendes Zuschlagen der Wohnungstür folgte. Dann war es still. Zitternd, unfähig mich zu rühren, lag ich da und wartete. Die Minuten dehnten sich zu Stunden. Endlich trat Philippe ins Zimmer. Er blutete aus einer aufgeplatzten Augenbraue. In den Händen hielt er eine zerbrochene Querflöte, die er achtlos in die Ecke warf. Bei seinem Anblick schnaufte ich erleichtert durch die Nase. Mehr ließ der Knebel nicht zu. Philippe setzte sich neben mich und erfärmte ihn aus meinem Mund. Während ich tief durchatmete, sah er auf mich herab. Geht es dir gut? Ja, alles okay. Ich bin so froh, dass du da bist. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Ja, sah so aus. Dein Abenteuer war ja gerade dabei, aus dem Ruder zu laufen, oder? Oh Gott, Philippe, es tut mir so leid. Ich war einfach nur sauer auf dich. Und da dachte ich mir, ach, ich weiß doch auch nicht. Es war blöd von mir, auf so ein Spiel einzugehen. Ich dachte schon, ich bin diesem Typen ausgeliefert. Ja, das hätte übel ausgehen können. Philippes Blick schweifte über meinen Körper und plötzlich wurde ich mir meiner Nacktheit und Hilflosigkeit noch bewusster. Bind mich los, forderte ich. Philippe tat so, als hätte er den Satz nicht gehört. Er stand auf und ging zum Spiegel. Weißt du, ich musste die ganze Zeit an dich denken, wie du hier allein im Bett liegst, an diesem besonderen Tag, den wir doch eigentlich gemeinsam verbringen wollten. Gemächlich begann er sich auszuziehen. Philippe, was tust du? Mach mich endlich los. Doch er reagierte noch immer nicht auf meine Bitte. Stattdessen sah er mich wieder an. Und dann komme ich, vor Sehnsucht getrieben, heim und mein Freund präsentiert sich mir als Geschenk. Seine Blicke streichelten über meinen Körper und endlich machte es in meinem Hirn Klick. Es machte ihn an, mich so zu sehen, hilflos und unfähig, mich zu wehren. Sofort stieg ich auf seine Fantasie ein. Ich drückte meinen Rücken durch und streckte mein Gesäß in die Höhe. Philippe, bitte, quäl mich nicht, hilf mir. Die Bewegungen meines Beckens gaben meinen Worten eine gänzlich andere Bedeutung. Philippe stieg aufs Bett und begann mich zu streicheln und zu küssen. Ja, ich werde dir helfen. Und wie ich dir helfen werde. Als er mich bestieg, drückte sich mein steifer Schwanz fast schmerzhaft in die feste Matratze. Sag, dass du mich brauchst, raunte er mir ins Ohr. Sanft stieß er mich, so gefühlvoll, wie er es immer tat. Und ich genoß seine Nähe, seine Kraft und Dominanz. Ja, ja, ich brauche dich, ich liebe dich, stöhnte ich, während er mich zum Höhepunkt tritt. Gemeinsam entdeckten wir in dieser besonderen Nacht, dank meines dummen Fehltritts, eine neue, wundervolle Leidenschaft, die uns ungeahnte Horizonte eröffnete. Denn, wie sagt man so schön, aus Fehlern lernt man. Oder wenigstens geben sie einem neue, erotische Impulse. Untertitelung des ZDF, 2020